so eine wunderschöne folge 80 so ja wie man sieht wir haben alabaster geschafft astrea habe ich schon vorbereitet habe ich aber leider nicht geschafft es wird noch ein bisschen was schade mal gucken in der nächsten es wird das vielleicht was auf jeden fall machen wir jetzt noch mal hier so dann gucken wir mal was hier so abgeht hier ist wieder einer gestorben deswegen muss der jetzt wieder einrollen so ansonsten wir könnten auch glatt ascenten dann hätten wir 7 million hero souls hm 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 gute frage und ja ich werde es jetzt tatsächlich so machen pro tag bloß noch eine folge weil wie sagt bei den langen ascensions jetzt macht halt als andere keinen sinn mehr was heißt also ich werde versuchen pro tag eine folge und in dieser also pro folge dann eine ascension also quasi pro tag eine ascension und versuchen die dann halt immer so weit wie möglich zu prügeln vielleicht jetzt in der anfangszeit werde ich vielleicht sogar noch versuchen zwei ascensions immer hinzubekommen aber viel weniger werde ich auch wahrscheinlich eher nicht schaffen weil wie gesagt wir sind jetzt mittlerweile im so hohen bereich dass allein eine ascension nicht relativ weit hoch zu prügeln relativ lange dauert alleine das hochlevel bis zum ja wie sagt bis level 2000 dauert ja schon mehrere viele stunden von daher so das heißt wir das gucke ich jetzt hier äh da haben die möglichkeit hier ein bisschen was reinzustecken so schon wieder hängen geblieben Arschloch ich hause dich du und deine Mutter alle gleich so machen wir mal 8,7,6 4 und dann ja gucken wir mal um d20 level hoch zu leveln keine ahnung was ich jetzt noch schaffe ähm praktisch irgendwas ähm also 10 level haben wir schon noch alles geschafft das problem ist halt wir kommen jetzt alle definitiv niemals bis level 400 geschweige denn 450 oder so was wir brauchen um mal hier den auf ihn nochmal zu schwenken es ist halt tatsächlich äh ja aber auch wir bekommen nicht mal ansatzweise so viel Geld wie wir jetzt überhaupt äh bräuchten das heißt wir können uns mit dem Sölderngrad nicht mal ein einziges level kaufen das ist echt traurig das ist echt traurig ach Gott so ja ja okay die wir schaffen wir auch nicht mehr gut dann fuck off ersenden wir mal wow bei meinem diesen Momstag habe ich gerade auch ersendet und habe ich gerade auch auch genau als erstes mal auf seine Schatzkiste ich probiere mal ganz kurz was wir werden jetzt einen Eidl bekommen gleich und ich dann einmal raufklicke, dann ist ja mit einmal klicken der Eidl noch nicht weg aber das Monster besiegt dann müsste ich ja eigentlich schon praktisch alle Bonuste bekommen für Schatzkiste und vor allen Dingen einfach für Eidl so in der Zeit können wir das mal gucken ob wir hier was machen also SLS ist die Alli auf Level 2000 ganz klar ein Klick damit steigt oh Eidl bumm ahja ist doch er hat sofort rausgegangen weil sie die Frage ob er das noch reingenommen hat wahrscheinlich eher nicht so wie ich ihn kenne Arschloch so damit haben wir schon wieder fast die Hälfte verbraten oh mein Gott so 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 ich dachte war ein tausender habe ich mich gerade komplett verguckt das stimmt eben für 1 e5 kann es gar nicht sein ich habe gerade irgendwie hier gedacht dass 1 e6 also genau das was wir oben haben aber ist ja nicht so ok dann machen wir mal wieder auf 1 1 auf eidler scheiße wirst du doch erst mal so kaufen danke danke so jetzt danke danke hallo ich bin richtig wieder ausgelastet ich mach doch gerade gar nichts seltsam 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 oh ja die arbeitsprecher geht mich wieder zur neige weil ich im hintergrund immer noch 20.000 sachen mache oh god ich sollte aufhören während den aufnahmen im hintergrund so viel zu machen ach gott jetzt kommt er jetzt aufhören alter das den vergesse ich echt jedes mal das ist so behindert das ist aber traurig ok ähm lalala ach so und ja ich werde die folge wahrscheinlich nach wie vor um 8 uhr aufnehmen also die folge habe ich jetzt um 8 uhr aufgenommen also nach 8 uhr ist es mittlerweile schon jetzt schon halb neun ihr seht sie aber halt auch immer gleich schon ähm muss ich mal gucken wie ich das eintakte ob ich die folge immer um 8 uhr veröffentliche oder genauso wie doom um 0 uhr wenn es hier bloß noch eine folge pro tag ist oder ob ich sage gut dadurch dass ich doom um 0 uhr veröffentliche veröffentliche ich die hier um 12 uhr ne ich glaube tatsächlich ich bleibe bei dem hier bei der folge tatsächlich auch bei der 8 uhr veröffentlichung also alles gut äh ja also fakt ist auf jeden fall egal was ihr die folge seht ich nehme die einzige folge jetzt pro tag ich nehme wie gesagt nur noch eine folge auf und die aber immer 8 uhr heißt also die 14 uhr folgen die 18 uhr ne äh die 14 uhr folge die 20 uhr folge die fallen weg einfach vorsichtig ist nicht mehr los so äh aha na gut ich habe noch 2 mille ich sollte in Zukunft tatsächlich mal äh 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 mal hier auf ihn gehen damit wir auch langsam mal wieder unser unser einkommen steigen was das hier angeht das problem ist halt es wird auch steuer und ich weiß nicht wie viel teuer es wird um auf level 600 zu kommen aber ich sag mal so weit mehr als 2 mille auf jeden fall und ich brauche aber mindestens eine äh mindestens level 600 weil eben eine steigerung um 400 wäre praktisch eine verdopplung der primal hero souls und weniger als eine verdoppelung bringt hat immer nichts das ganze machen was du willst das ganze machen was du willst traurig traurig gut was ich mal gucken könnte mittlerweile wieder ist hier paar levels hoch zu geben ich hab nichts gesagt ne 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 lassen wir mal alles gut ach ne ich verspreche ich schon wieder mal äh haufenweise was ist denn hier los da gibt's doch gar nicht das gehört illegaler liliiert so so open roll ähm ja wie gesagt ich hab hier ja schon 100 dinger gegeben weil ich gehofft hatte dass ich die breite verreiche hatte ich jeweils 100 eh jeweils 100 100 aber das sind leider doch nicht gereicht schade eigentlich gut ähm auf jeden fall bekommst du mal nochmal 10 stück oder 5 stück und das reicht dann auch schon die warte hier vorne die pro schon gar nicht mehr jetzt habe ich beide glatte 10er zahlen und oben ist alles leer sehr schön so muss das sein so kann man mal wieder speichern save your life save your life ne ach Gott hallo oh ich muss mal gucken dass ich bei chrome sage dass wir nicht in den letzten ordner speichern sind wo ich was gespeichert habe sondern immer in dem ordner in meinem sonnet ordner dass er immer die letzten ordner nimmt ist ja immer boah ja mach halt ausschloch schwanz verlassen kannacke nein 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 ups ach Gott ich will sterben das nicht danke 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 ich will jetzt schon fast frost lief sehr schön so und das heißt wir haben es dann tatsächlich geschafft und ja mittlerweile der frost lief wo wir für eines händen direkt machen manchmal haben doch gar nicht hier kleiner wollte ich doch auf hirma 200 schicken jetzt direkt für eines händen macht uns den spaß japan prozent damit okay in dem sinne würde ich mal sagen ja wie sagt der bost bei 100 der warte immer der güter halt immer nur ein ist jetzt ist es ist so eine sache wo ich mir so denke warum macht man sowas überhaupt naja naja aber sobald der nächste hero soul sobald der nächste prime reviews kommt geht es dann wieder hier steil bergab steil bergauf steil bergab geht es gleich mit mir nerven ich habe gestern übrigens ein richtig hammer geiles neues lied nicht aber altes lied wiedergefunden und zwar sand planet von er auf den vocal leute ich müsste mal bei youtube eingeben vocal leute also bis dahin was geschickt wie man das wahrscheinlich wenn ich müsste es google auf also youtube auch automatisch vervollständigen vocal leute sand planet also sand planet auf englisch digga hammer geiles lied naja wie sagt kenne ich schon länger aber ist mir gestern wieder über den weg gelaufen durch meine playlist ist so mit drin und ja hier bringt gar nicht mehr in dem sinne schaum und tschau